Guten Tag Frau Vogler, ich bin Schwester Alma, ich soll jetzt für ein paar Wochen ihre Pflege übernehmen. Da ist ja ein Foto von Frau Voglers Sohn, er sieht sehr lieb aus. Vom hoffnungslosen Traum zu sein. Nicht scheinen, sondern sein. Man kann sich abschirmen, abschotten. Da muss man keine Rolle spielen, kein Gesicht machen und keine falschen Gesten. Frau Vogler ist Schauspielerin, wie Sie wissen. Ich bin kalt, ich bin verdorben. Dann gute Nacht Frau Vogler und schlafen Sie gut.